Und herzlich Willkommen zur Local Conference of Youth Austria. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Local Conference of Youth Austria, vor allem aber liebe Jugendliche. Das Elko-Team, tausend Dankeschön und einfach, also ich kann mich ausdrücken. Wir haben auch die Konferenz wirklich eröffnen können im Stadtkino, das hat mich voll gefreut, also wunderbar. Auch dank der Vize-Bürgermeisterin Frau Vosilaku, die das ermöglicht hat. Wir sind jetzt gerade schon am Plan für die nächsten Workshops. Schauen, wie wir da alle Leute hinbekommen und wie wir das am besten regeln, weil unsere Beute sind ein Labyrinth. Ich freue mich riesig, da zu sein. Ich freue mich riesig, dass dieser Tag endlich gekommen ist und ich kann es nicht wirklich glauben irgendwie. Es sind fünf Monate vorbeigegangen. Es ist sehr anstrengend und ich muss ehrlich geschehen, ich weiß gar nicht mehr, wann der Tag heute begonnen hat. Die Tage verschwimmen alle ineinander. Wir haben ganz viele coole Workshops geplant und Podiumsdiskussionen und wir wollen einfach versuchen, die jungen Menschen in Österreich zu vernetzen, zusammenzubringen und dass sie einen Ort haben, an dem sie gemeinsam an Ideen arbeiten können und Lösungen finden können.